Und damit herzlich willkommen zu Let's Play. Ist es ein Let's Play? Nein. Tut mir leid, da muss ich euch enttäuschen. Das war jetzt reiner Reflex. Es ist ein Let's Test und gleichzeitig ein Infovideo. Ich betätige den Timer, denn ich muss die Zeit im Auge behalten. Denn dies ist eine Spontanaufnahme. Welche jetzt nicht so spontan ist. Ich habe kurz hier vorhin noch aufgenommen, aber dann ist der Spieler einfach, hat rausgetabbt. Weiß nicht warum. Und wir spielen den Goliath. Das ist schön, weil das Monster macht am meisten Spaß. Machen eine hohe Frissgeschwindigkeit. Das sind wir. Und das ist der andere Spieler. Wer sich jetzt fragt, ich gegen einen, das ist unfair. Nein. Das sind leere Slots, die wir haben von Bots gesteuert. Und es können jederzeit Leute dazu joinen und diese Bots übernehmen. Ist zwar scheiße, weil sie ja Loadout nicht ändern können. Aber, ja, wer zu spät kommt, kommt zu spät. Kann man so stehen lassen. So, das sind wir. Und da hinten kommt das Shuttle. Das dreht kurz eine Runde. Wir bücken uns, damit wir keine Spuren hinterlassen und notfalls keine Vögel aufscheuchen. Achtung, die Jäger, komm, Lauf. Zum Springen, ja, das werde ich jetzt aber hier nicht demonstrieren. So blöd bin ich jetzt hier nicht. Sieht man es, da sind die Vögel. Wenn wir normal an dem vorbeigehen, äh, ja. Dann würden die hochfliegen und die Jäger würden uns dadurch sehen. Ja, verflucht. Muss ich das halt so machen? Ist ja echt scheiße hier. So, die haben wir auch abgefrühstückt. Denn wir müssen Nutztiere fressen, also normale Lebewesen hier, damit wir evolven können. Also uns weiterentwickeln können. Ich weiß auch gerade hier nicht, warum hier die ganze Zeit die Tooltips angezeigt werden. Aber, gut. So, dann fressen wir uns hier satt. Und wir sehen unsere Panzerung. Das ist oben die Anzeige. Die fühlt sich und scheiße. Die Viecher sind äußerst nervig. Weil diese Viecher sind so ähnlich. Also es sind dieselben Viecher. Wie der Jäger. Also eine Jägerklasse. Ich weiß gerade nicht, wer das ist. Weil der Feinleger hat. Der hat nämlich solche Spülhunde. Die sind auch ungefähr so. Und die sind ungefähr gleich sehr. Was extrem nervig ist. Ich frage mich gerade, wo die Jäger planen. Es ist so ein nerviger Start hier gerade. Normalerweise starte ich nicht so. Verplanen. Komm, wir jetzt verklanken. Ich hoffe jetzt natürlich nicht. Äh, natürlich kommen jetzt hier die Aska, ja. So, entwickeln. Komm schon, die Panzerung nehmen wir mit. Denn ich glaube, der fang gerade an, oder? Oh, da kommt es hier. Und unten kommt der Gegner. Das liegt hier. Kann man auffressen. Gut. Jetzt haben wir diesen Kletten. Nein, hinten. Den netten Kletten. Äh. Ich entschuldige mich. Äh, denn ich bin etwas erkältet. Deswegen, das hört man wahrscheinlich auch an meiner Stimme. Und außerdem habe ich im Moment hier nichts zum Sippeln hier oben. Also zum Trinken. Was extrem unvorteilhaft ist als Let's Player, wenn man einen trockenen Mund hat. Okay, jetzt setzen wir uns mit mir rein. Wir riechen mal. Das gefällt mir nicht. Die kommen hier zu nah. Das Problem ist auch, je mehr stärker wir gepanzert sind, desto mehr leuchten wir. Ich nutze jetzt mal den Moment der Zeit hier. Sie haben mich entdeckt. Das ist scheiße. Scheiße. Kolumnen. Ah, nee. Ja. 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 Was ist das? Okay Hier sollten wir sicher sein und evolven mal So, drei Punkte haben wir frei Das heißt, wir tunen erstmal unsere Sachen hier, die wir so schon haben Werden halt zu einem größeren Monster Und wurden gefangen Ja Das ist jetzt wiederum unvorteilhaft Aus Gründen Bevor ich hier meinen Auftrag überhaupt vergesse, warum ich dieses Video überhaupt mache Ich wollte ja Infos bringen Und deswegen habe ich das ja auch am Anfang gesagt Denn Der eine oder andere hat sich schon gewundert Oder hat Gemerkt Dass ich momentan etwas inaktiv bin Das liegt leider daran Dass ich halt momentan wirklich keine Zeit zum Aufnehmen habe Die Maßen von euch werden das auch kennen Die ein bisschen kleinere YouTuber sind und noch nebenbei was machen Denen sollte das eigentlich geläufig sein Und zudem habe ich halt eine ziemlich beschissene Leitung hier Deswegen kann ich auch nicht jeden Tag gleich schnell uploaden Das ist auch so eine Sache So ein Upload-Botton dauert bei mir 10 Stunden mit den jetzigen Render-Optionen Und da ich jetzt hier schon mit der One aufnehme Da muss ich auch dementsprechend rendern Und hier scheiße ich habe die Vögel aufgeschoben Nein Das heißt da werden die Videos auch nochmal größer Das heißt ich müsste vielleicht das Level Also das Level Cap wollte ich schon sagen So viel WoW Wollte ich hier Mensch sagt es Ihr wisst es doch auch Genau das Zeitlimit Das wollte ich halt runtersetzen dann auf 20 Minuten Anstatt 25 Minuten wie immer geplant ist Ja also Deswegen kann ich halt momentan nicht uploaden Aber so gegen Februar könnte das was werden wieder Und zwar habe ich mir jetzt auch eine 25 Euro Karte Für Xbox Live jetzt hier geholt Also Geldkarte keine Monatskarte Ich habe Abo hier Nur ich habe Abo Und dann werde ich wahrscheinlich Resident Evil HD Remastered Let's playen Das habe ich mir eigentlich schon seit Oktober vorgenommen Oder November Ich weiß es gerade nicht Auf jeden Fall seitdem klar wurde Dass halt eine HD Version rauskommt Leider Oder ich weiß ja nicht Ich kenne das Spiel ja wirklich nur nach Wirklich gar nicht Wirklich gar nicht Weil es ist die Version von Nintendo GameCube Wenn mich nicht täuscht Die wurde halt jetzt Neu gemacht Also Remastered in HD Und ja Also muss man dazu sagen Resident Evil kam ursprünglich für Playstation 1 Und äh Ich weiß gerade nicht Sega Saturn vielleicht Ich weiß das echt nicht Diese Ich kenne halt nur die wirklich großen Namen von damals Könnte mich jetzt auch täuschen Werde ich ver... Wahrscheinlich Werde ich wahrscheinlich dann einblenden Hier im Video oder so Ich weiß nicht Auf jeden Fall Dann kam 2001 2002 Oder so Ich glaube so in dem Dreh Kam dann halt für Nintendo GameCube Äh Eine neue Auflage Die aber Erweiterten Content Hatte Das bedeutet Da sind Neue Abschnitte Pipapo Die Dialoge Wollen ein bisschen Engendert Was ich ein bisschen Schade finde Weil Resident Evil 1 Auf der PS1 Es war schon ein bisschen Trashig Und ja Da man damit halt Aufgewachsen ist Fand man das auch Dementsprechend cool Auf jeden Fall Wir werden sehen Ich werde dann Auf der 360 Also Xbox 360 Werde ich Alien Isolation Weiter laufen lassen Da keine Bange Das wird jetzt nicht beendet Oder pausiert Irgendwie Nichts Dann Einen Tag Alien Isolation Dann wieder Einen Tag Nix Und dann Einen Tag Resident Evil Das wird sich halt Immer so wiederholen Das ist dann halt Der Plan für Februar Vielleicht auch Hau ich Resident Evil Noch diesen Monat Da kann man leider Kann man leider nichts Gegen sagen Ist meine Meinung Musst du ja selbst wissen Ist dein Kanal Aber ich fand das alte Schon besser Und dann hat der AwesomeTosh Hat seinen Kanal gelöscht Warum Kackpratze Eigentlich Dark Souls 2 Und ja hoffen wir dass er damit halt mehr Spaß hat Ansonsten Wir haben halt engen Kontakt zueinander Sechs Aber gut So habe ich halt damit angefangen Sieht man auch in den Advanced Warfare Video Dass ich mit solchen Sachen mal Spaß habe Mit dem Alien Colonial Marines Fan Trail Der mit einer zu den besten Videos Auf meinen Kanal gehört Da Oh nein Handy vibriert Schatten wir einfach nochmal hier Ich würde ja gerne Tiere fressen Aber die finde ich hier so selten Auf jeden Fall Der hat mich dazu gebracht Und irgendwann habe ich halt den AwesomeTosh Also Philly Oder Nito was alone Den habe ich dazu dann auch mal gebracht Let's Plays zu machen Und ja So entstand das halt damals Finde ich auch eine gute Sache Hat man wenigstens Ein gemeinsames Thema Über das man sich unterhalten kann Also eigentlich sogar ein zweites Thema Denn Wir sind wirklich alle gute Computerfreunde Wir spielen miteinander Spielen so auch für uns hier Jeder macht sein Ding Und manchmal zusammen Deswegen vielleicht wird auf Spielekultur LPs Also Kevins Kanal Werden wahrscheinlich auch bald Mal wieder Videos mit mir kommen Der hat ja Der Kute hat ja wenig Zeit Leider Aber gut Kann man ja nichts machen Und finde ich gut Was er da macht Ich weiß auch nicht gerade Wie weit das so bekannt ist Ich habe ja wenig Zeit Seine Videos zu verfolgen Denn ich habe da auch meine 100 Kanäle Die ich auf YouTube verfolge Nee Schießen da Aber finde ich hier auch mal Beutetiere Oder haben sie die alle weggeknallt Ich meine Ich meine Könnte es ist auch eigentlich schon Waren die anzugreifen Oh no Oh 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 Na gut, dann gibts jetzt auf die Fresse So, der hat sich getarnt, aber das bringt ihm nichts Denn die Gute kriegt auf die Schnauze Aber ich glaube, das werde ich nicht überstehen hier Denn die knacken Mannepanzung schon äußerst schnell, ja Doch, das könnte vielleicht was werden Man soll ja immer optimistisch bleiben, ne So Jetzt haben sie uns hier gefangen Meno, immer diese Feilen Hör doch mal auf mit den Feilen hier Das ist, ne, also Das ist ja auch keine Art, ne Auf jeden Fall hoffe ich, äh, alle Infos sind jetzt genannt, die ich loswerden wollte Also Februar geht wieder los Resident Evil Alien Isolation Ah ja, wahrscheinlich, genau das, genau das habe ich ja noch nicht fertig erzählt Da werden wahrscheinlich bald neue Battlefield 3 Videos kommen mit dem Kevin Ich bin Und vielleicht sogar jetzt, wenn's klappt Mit dem Nito, also Awesometosh Philly Äh, das ist so ne Sache hier mit dem Namen Weiß man nie, was man sagen soll Das lässt er eines YouTubers Okay 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 Die Jäger haben gewonnen Tja, scheiße Aber naja, das war auch nur ein kurzes Video Ich wollte euch hier nur zeigen, äh Die Beta Die Beta Exklusiv momentan für die Xbox One, soweit ich weiß Wobei, ich glaub auf dem PC gibt's auch momentan eine, aber ich weiß nicht, ob die Public ist Und, ja Das war halt ein kurzes Infovideos für uns zu den Dingen hier Und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hättet weiterhin die Ohren steif da draußen Das war's, euer Draven Cheerio amar is truly die 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 die